Und wie vorhin angekündigt, jetzt noch Peter, der ein bisschen mehr hat, weil das sozusagen der Highlight-Vortrag des heutigen Tages ist. Peter, der uns damit auch die Überleitung zu OpenStreetMap schafft. Und Peter, bitte erzähl uns etwas zur freiwilligen Arbeit jenseits des Datenmappings. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich das Highlight ist, aber ich würde zumindest den Rahmen gerne noch nutzen, um etwas Werbung zu machen für OpenStreetMap, für das Ehrenamt, um sich da einfach ein bisschen zu beteiligen. Und es ist halt, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, was es außer dem Mapping noch zu tun gibt im OpenStreetMap. Und ja, es gibt auf jeden Fall viele Projekte ja in diesem größeren Feld, auch im KIS-Umfeld. Und wir haben natürlich bei OpenStreetMap speziell dann sehr viele Mapper, die da mitarbeiten. Und es soll heute speziell um OpenStreetMap gehen. Bei OpenStreetMap unterscheidet sich das im Wesentlichen in drei Kategorien, habe ich das jetzt mal genannt. Das ist zum einen eben dieser Crowdsourcing-Aspekt des Mappens selbst. Dann das ganze Software-Ekosystem, so rund um OpenStreetMap und, ich habe es mal in Anführungszeichen geschrieben, das Tagesgeschäft, wo, glaube ich, die wenigsten wissen, was das eigentlich genau bedeutet. Der rechtliche Rahmen, der so um das OpenStreetMap rum ist, das ist so ein bisschen diese OpenStreetMap Foundation, in der leider viel zu wenig Mitglieder sind. Wir haben ja sehr viele OpenStreetMapper, die sich zur OpenStreetMap zählen, aber relativ wenig Mitglieder in der OpenStreetMap Foundation. Daher solltet ihr jetzt dann, wenn der Vortrag zu Ende ist, alle eigentlich in die OpenStreetMap Foundation eintreten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und in den Foskes e.V. eintreten. Ich habe jetzt gesagt, ich will eigentlich nichts zu den Mappern sagen. Ich sage trotzdem eine Folie, dass wir sehr viele Mapper haben, um das nochmal kurz darzustellen. Da gibt es vom Simon immer so ganz nette Statistiken, dass wir z.B. jetzt in den Dachregionen so über 1,4 Mapper auf 1.000 Einwohner haben und ca. 1.000 neue Mapper pro Monat, z.B. in Deutschland. Kann man sich auf seinem Blog anschauen, habe ich da verlinkt. Sind wirklich viele, vor allem in der Dachregion, sind auch fast ausschließlich Freiwillige, fast. Es gibt ein paar so bezahlte Mapper, aber das meiste sind wirklich freiwillig. Und warum machen sie das? Aus sehr unterschiedlichen Motivationen haben ein paar aufgezählt. Eben, ich bin Radfahrer und will halt meine Radwege drin haben oder ich will schön wandern gehen und dann trage ich das ein. Viele kommen auch über das Garmin. Sie haben ein Garmin. Die Karten von Garmin selber sind jetzt nicht so der Hit. Kann ich OpenStreetMap Karten draufladen und map dann, dass die Karten für mich, dann für meine Anwendungsfälle besser sind. Und es gibt dann auch etwas andere Motivationen noch wie Pokémon oder einfach die Liebe zu offenen Daten. Ich könnte da sicher jetzt drei Folien aufzählen. Es gibt sehr viele Gründe, warum man bei OpenStreetMap ist. Das muss jeder für sich selber wissen. Hauptsache, ihr seid alle bei OpenStreetMap und map mit. Wer das dann auch mal live erleben will und das noch nicht gemacht hat, den lade ich auf jeden Fall nach dem Sektempfang ein, im Informatikgebäude rüber zu gehen. Da gibt es dann eine Mapping-Party, wo man das dann auch mal so hands-on erleben kann, wer es noch gar nicht kennt und da dann mitgehen kann. Dann hatte ich vorher gesagt, das Ökosystem gibt es. Da gibt es sehr viel Software, die da in diesem Bereich gemacht wird, die natürlich auch von Freiwilligen vor allem gemacht wird. Da gibt es zum einen die Core-Software, habe ich das jetzt mal genannt, so die OpenStreetMap-Webseite, Carto, also der Kartenstil für die Hauptseite, die Suche von Adressdaten des Nominarteams, unsere Editoren. Das ist nicht alles direkt freiwillige Arbeit, das ist manches auch bezahlte Arbeit, aber ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es auch sehr viel ist, was es in diesem Bereich gibt. Und dann auch, was etwas artverwandt so nebenherläuft, aber auch speziell eigentlich OpenStreetMap ist, es muss jemand das Wiki administrieren, die Hilfe, also die Help-Forum machen. Dann gibt es Tools wie Osmium, Osmosis und so weiter. Also da gibt es auch sehr viele Tools, die dann außen herum laufen und mit OpenStreetMap-Daten arbeiten. Das Tagesgeschäft, was ich heute eigentlich vor allem, wie wir erzählen will, wird von der OpenStreetMap Foundation ja so ein bisschen verwaltet. Und die OpenStreetMap Foundation ist eine internationale Vereinigung, die sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, das OpenStreetMap-Projekt zu unterstützen und nicht zu kontrollieren, muss man ja verstehen. Also die Aufgabe ist wirklich, Unterstützung zu leisten. Und sie schafft da auch so rechtliche Rahmenbedingungen, dass man da einfach so zum Beispiel Server kaufen kann oder zur Verfügung stellen kann, brauche ich halt irgendwas, das macht dann die OpenStreetMap Foundation. Es gibt praktisch keine bezahlten Mitarbeiter. Ich habe da praktisch geschrieben, weil es gibt eine Administrative Assistant Stelle, die so ein paar Stunden im Monat bezahlt bekommt, um da so ein paar kleinere Tätigkeiten zu machen. Aber die meiste Arbeit wird eigentlich von komplett Ehrenamtlichen erledigt. Und der Vorstand selber besteht aus sieben Freiwilligen. Die Arbeit selber wird dann aber typischerweise in den Arbeitsgruppen gemacht. Das wird die Working Groups, werden das genannt. Und das sind aktuell sieben Stück. Und das ist eigentlich das, über die ich heute erzählen will. Und es ist gleichzeitig der Weg, wie die OpenStreetMap Foundation das OpenStreetMap-Projekt unterstützt, indem es diese Arbeitsgruppen gibt, die dann eben die Arbeit machen. Gibt es dann auch recht unterschiedliche Arbeitsgruppen in ihrer Aktivität und auch in dem Zeitbedarf, was man aufwenden muss, um da mitzuarbeiten. Und die Arbeitsweise ist im Endeffekt, oder der Versuch zumindest, dass sie offen und transparent in ihrer Arbeit sind. Man kann eigentlich alles anschauen, was die Arbeitsgruppen machen, was rauskommt. Man muss nur sagen, es machen leider sehr wenig Leute und es beteiligen sich auch relativ wenig Leute. Es ist so, dass neue Mitglieder immer willkommen sind. Man kann sich im Endeffekt melden, sagen, ich will mitarbeiten und dann eben auch entsprechend mitmachen. Und sie dienen dem OpenStreetMap-Projekt. Noch dazu zu erwähnen ist, dass man kein Mitglied der OSMF sein soll. Also wen diese 12 Euro Jahresbeitrag abschrecken sollte, man darf auch ohne Mitglied zu sein, mitarbeiten. Vielleicht noch so ein paar allgemeine Sachen, was man beachten sollte, wenn man bei OpenStreetMap mithilft oder wenn man in den Arbeitsgruppen mitarbeitet, was man da so machen sollte. Gesucht sind Leute, die wirklich mitarbeiten, die anpacken und was machen. Also das heißt, speziell nicht gesucht ist, andersrum, man will keine Leute, die immer Ideen bringen. Es gibt zig Leute, die Ideen haben, aber irgendwie man muss die Ideen auch umsetzen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil oftmals Leute kommen, ah, ich habe eine tolle Idee und dann enttäuscht sind, dass keiner umsetzt. Man braucht einfach Leute, die was machen. Idee ist schön, aber dann setzt man es auch selber um. Man sollte sich auch nicht zu gut sein und sagen, oh, ich habe aber studiert, da mache ich doch jetzt nicht hier eine E-Mail auf der Mailingliste, dafür bin ich nicht da. Wir haben ja niemanden, der dann die Drecksarbeit macht, muss auch alles von den Freiwilligen mit erledigt werden. Und wir haben eine flache oder keine Hierarchien. Ich habe jetzt zwar einmal so geschrieben, es hat jede Working Group dann einen Chef, aber das ist im Endeffekt nur so der Hauptansprechpartner. Im Endeffekt ist alles so basisdemokratisch eigentlich. Was somit auch heißt, trau dich. Man kann nicht hergehen und sagen, darf ich, sondern man macht es. Man macht einfach die Arbeit und man macht mit. Das heißt, Aufgabe nehmen, analysieren, was tue ich dafür und erledige das. Dann springe ich gleich mal zu der ersten Working Group. Ich habe mir da eigentlich so die, denke mal, die arbeitsintensivste ausgesucht. Das ist die Operations Working Group. und die verwaltet im Endeffekt alle Server der OSMF, also die Webseite, die API, die Nominatim, Suchserver, das Forum, das Wiki und so weiter und sind vor allem auch für die Planung von Hardware und dem Hosting zuständig. Also so der Aufgabenbereich ist vielleicht nicht 100% abgegrenzt, wo der endet, aber es geht schon vor allem um diese Planung und um dieses Projektwachstum von OpenStreetMap mit zu begleiten, das wirklich sehr beeindruckend und groß ist. Angefangen hat das Ganze, dass eigentlich ein paar Sys-Admins waren, die gesagt haben, ja, wir kümmern uns halt drum und wurde dann 2010 so als Technical Working Group bezeichnet. Der Name hat sich nicht sonderlich lang gehalten und wurde dann seit Juli 2011 in die Operations Working Group umbenannt und seitdem läuft es unter dem. Der Chef, habe ich ja gerade schon gesagt, in Anführungszeichen, der Hauptansprechpartner, das ist der Andy, der Andy Allen. Aktuell sind es sieben offizielle Mitglieder und die Arbeitsleistung laut der OWG ist so ein bis zwei, ich habe das mal Vollzeitequivalente genannt, das heißt, die haben wirklich bis zu zwei komplette Stellen, füllen die aus, was die in ihrer Freizeit machen, nach Feierabend nochmal erledigen, sprich quasi so 80 Stunden in der Woche, was diese sieben Leute da so leisten. So schaut dann so ein Arbeitstreffen aus, wo sie sich treffen, also die vier Leute sind alle in London, da ist es dann etwas einfacher mal ein Meeting zu haben, die anderen drei dann nicht und sie haben relativ wenig offizielle Meetings, das sind ein bis zwei im Jahr, weil bei der OWG eigentlich alles über E-Mail oder über den Bugtracker oder Issue Tracker auf GitHub erledigt wird. Was machen die oder was haben die jetzt aktuell so auf der Agenda? Das ist der Kauf eines neuen Datenbankservers, ich glaube, dass der mittlerweile auch bestellt ist, also dass man eine große Ladung hat, so im höheren fünfstelligen Bereich, was dieses Teil kostet, ich glaube, so 40.000 Euro rum und damit wollen sie eben vor allem so einen Aufbau von so einem Storage Cluster haben, damit man keinen Single Point of Failure mehr hat. Sie haben das dann auch in drei verschiedenen physikalischen Locations stehen diese Server, dass wenn einer ausfällt, dass dann der andere einspringt. Sieht man jetzt auch mal so ein Bild von einem älteren Storage System, das schon recht beeindruckend groß ist. Ja, gibt es denn Bedarf an Helfern? Habe ich die OBG gefragt, wie das denn da ausschaut und ich sage, unbedingt, wir brauchen ganz dringend eigentlich Leute und nur, wer sich da jetzt schreckt und sagt, ich will nicht unbedingt als offizielles Mitglied genannt werden, man muss nicht formales Mitglied sein, um mitarbeiten zu können, es ist ein guter Einstieg, wenn man auf den GitHub Issue Tracker von Open Treatment Foundation schaut und da einfach mitarbeitet, mitdiskutiert und mitarbeitet. Jetzt Hinweise nochmal, ich habe das ja vorher schon in den Aufgaben gesagt, das ist nicht so ganz klar abgetrennt, was sie jetzt eigentlich sind, es ist aber so, wenn ich in die OBG eintrete, deshalb kriege ich keine Root-Logins oder so, weil sie sind im Endeffekt vor allem für die Planung und Budgetierung da und die in London Sitzenden zum Beispiel, die ziehen dann halt auch mal die Server um. Was sollte ich denn mitnehmen, mitbringen, wenn ich da mitarbeiten will? Sinnvoll ist, gutes technisches Wissen über so aktuelle Systeme, sollte also schon mal Bescheid wissen, wie so ein größerer Server aufgebaut ist, wie sowas ausschaut und vor allem auch so das Interesse an Planung, Budgetierung und Vorhersagen, weil die natürlich auch fünf-Jahres-Plan, ein Zehn-Jahres-Plan ein bisschen einfach vorausschauen sollen, weil man nicht einfach mal dann 100.000 Euro zur Verfügung hat, um den nächsten Server zu kaufen, muss man sich natürlich etwas längerfristig überführen. Das war es zur OWG, dann komme ich zur LWG, die Licensing Working Group, wo für mich nicht ganz klar war, wie sie eigentlich heißt, weil die Mitglieder sich selber dann teilweise etwas anders nennen, auf der Wiki-Seite steht Licensing Working Group und ihre Aufgaben ist so die Klärung von Lizenzfragen bei der Benutzung von den OpenStreetMap-Daten und Lizenzfragen beim Beitragen von Daten, also wenn ich jetzt zum Beispiel was importieren wollen würde oder ähnliche Fragen. Natürlich so ganz allgemein die Klärung von rechtlichen Fragen. Die Gründung von der LWG war 2009 und der Chef oder der Leiter, das ist momentan der Simon, Simon Puhl aus der Schweiz. Wir haben aktuell sechs bis sieben aktive Mitglieder und davon sind vier Juristen. Die Arbeitsleistung war nicht so ganz zu beziffern, was die so im Gesamten haben, aber es ist pro Person, muss man sagen, mindestens vier Stunden pro Monat muss ich aufwenden, wenn ich da mitmachen muss. Das ist das Minimum, nur damit ich es schaffe, alle E-Mails zu lesen und an den Sitzungen teilzunehmen, dann habe ich aber noch nichts geleistet. Also es ist quasi so ein Minimum, dass ich mich nur auf dem Laufenden halte. Bekannt ist die LWG durch sehr, sehr viele Sachen. Wohl am bekanntesten war der Lizenzwechsel 2012, wo sie quasi hauptverantwortlich waren, durch die vielen Community Guidelines, wo auch immer noch welche am Entstehen sind, also zum Beispiel Produced Work, die Horizontal Layers, wo einfach so für die Benutzung der Daten oder der Karten so ein bisschen erklärt wird, so Rahmenbedingungen geschaffen wird, wie habe ich denn diese Lizenz von OpenStreetMap zu interpretieren. Dann die Contributor Terms, wenn ich einen neuen Account anlege, das, was ich da gezeigt bekomme oder solche rechtlichen Sachen werden von der LWG im Endeffekt angelegt. Die Aufgaben, die sich die LWG jetzt für die nähere Zukunft gesetzt hat, das ist zum einen eine Richtlinie für die Geocodierung zu schaffen, weil das in OpenStreetMap immer ein bisschen die Frage ist, was ist, wenn ich OpenStreetMap verwende, um mir von einer Adresse eine Position geben zu lassen und das im größeren Stil zum Beispiel macht, dann ist so eine Frage, sind diese Positionen wieder stehen die unter der OpenStreetMap Lizenz und da gibt es in diesem Rahmen so einige Fragen, die da eben erörtert werden müssen und wo dann die LWG sich als Ziel gesetzt hat, dass sie da eine Richtlinie herausgibt. Und als weiterer großer Punkt ist die EU-Datenschutz-Verordnung, die, ich weiß nicht, schon in Kraft ist oder dieses Jahr irgendwann in Kraft tritt, wo sicher auch nochmal einige Fragen auftreten, die OpenStreetMap betreffen und die zu klären sind. Bedarf im Mitarbeitern ist ein ganz klares Jein. Ich habe Simon gefragt, wie das denn ausschaut und er hat gesagt, das Problem ist vor allem, schwierig zu verwalten. Wenn man jetzt 20 Leute in den Sitzungen hat, es ist schwierig, dass man da die Arbeitsverteilung macht. Also wichtig wäre zum einen, dass man eigentlich Juristen hat, die nicht aus den USA kommen. Ich habe vorher gesagt, wir haben vier Juristen in der LWG und das sind alles Amis. Das heißt, man hat halt keine andere Perspektive und da ist immer ein bisschen so die Frage, findet man denn noch andere Juristen, dass man einfach mal noch eine andere Perspektive in das Ganze reinbringt. Ich habe dahinter noch geschrieben, mit Praxiserfahrung, also wäre gut, wenn es nicht ein Erstsemester in Jura ist. Und ich habe es mal so mit nerviger Arbeit abgetan, was halt auch Simon zu mir gesagt hat, wäre schön, wenn man Leute hat, die halt auch solche Arbeiten machen, die sonst keiner gern macht oder die das einfach machen, ohne jetzt dann groß nachzufragen, also Sachen, wo man jetzt dann nicht sagt, oh, der hat das Tolle gemacht, sondern einfach, wo man dann zum Beispiel eine E-Mail mal beantwortet, wenn eine Anfrage kommt von außen, weil das kriegt dann im Endeffekt zwar keiner mit, aber das muss halt auch irgendjemand machen. Es ist so, dass Simon selber zu mir gesagt hat, dass für ihn, er ist pro Tag mindestens eine Stunde damit beschäftigt, die LWG am Laufen zu halten und nur E-Mails zu beantworten und solche Sachen zu machen. Dann der Schutz von Warenzeichen ist auch noch so ein großer Punkt, der eigentlich kontinuierlich läuft und da kann man auch immer jemanden brauchen, der da hilft, also dass die Open Street Map, die Marke oder das State of the Map als Marke in den verschiedenen Ländern geschützt wird und das ist halt viel Schriftverkehr, recht langwierig, dass man das hinbekommt und wenn man da noch jemanden findet, der sich da bereit erklärt, sowas zu machen und dann für ein Land sich zum Beispiel darum zu kümmern, wäre sowas halt auch wirklich super. Dann komme ich zur Data Working Group. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wie man die so umschreibt. Ich habe hier ein Bild von Frederik. Die sind eigentlich so die Hilfe beim Entwickeln von Richtlinien und für Konfliktlösungen zuständig. Ich weiß nicht, das mag vielleicht so mit der Polizei ein bisschen verwirrend sein, aber ich nehme es deshalb eigentlich ganz gern, weil sie so dein Freund und Helfer eigentlich sind. Also nicht in dem Sinn so die Aufräumpolizei, sondern wenn ein Streit entsteht oder wenn Vandalismus da ist, das halt versuchen ein bisschen so zu schlichten und einfach die Konfliktlösung anzubieten. Das andere ist noch, es kann manchmal etwas dreckiger werden, das wäre dann so das Stoppen von Vandalismus oder illegalen Importen, wo man halt dann auch mal ein bisschen Probleme haben kann und ja. Was man aber da dazusagen muss, die Data Working Group hat immer so ein bisschen den Grundgedanken, die Community soll es eigentlich selber richten, die Data Working Group ist dafür zuständig, wenn die Community selber nicht mehr zurechtkommt, weil die Data Working Group etwas mehr Rechte hat und dann einfach ein bisschen so Autorität hat, sage ich mal. Die Gründung war 2008, das war so durch einen konkreten Fall gegeben, das war in Zypern und da hat der Mikel dann daraufhin die Data Working Group gegründet, weil er gesagt hat, es sieht einen Bedarf, wenn sowas wieder vorkommt, dass man da einfach eine Gruppe hat. Aktuell hat sie elf Mitglieder und die Arbeitsleistung von einer Data Working Group ist auch nicht zu verachten, ist so bis zu einem Vollzeit Äquivalent habe ich das mal genannt, wobei das wahrscheinlich etwas untertrieben ist, es gibt so einzelne Mitglieder, wie zum Beispiel den Andy, der halt den ganzen Tag auch Change Set Kommentare schreibt, die jetzt nicht unbedingt direkt der DWG-Arbeit zuschreibt, also wenn man solche Sachen noch mit dazu zählt, wäre es nochmal mehr. Ja, wodurch ist die Data Working Group bekannt? Gibt es zwei Sachen zu sagen, einmal positiv, bei Konfliktlösungen hat man meistens dann positives Feedback, so, ja schön, jetzt haben wir uns hier geeinigt und alles toll und gibt dann ein bisschen so negativ, wenn dann mal jemand größeres Revert-Skript rüberlaufen hat, dann ist man bei vereinzelten Leuten dann unbeliebt. Der Plan oder die nächsten Aufgaben, die die Data Working Group machen will, ist vor allem so ein bisschen die Transparenz verbessern, dass man da also Statistiken ein bisschen hat, wie viele Fälle pro Monat gibt es eigentlich und welche Arten von Fällen sind das, damit man einfach so ein bisschen die Entwicklung sieht auch im Projekt, was das denn ist und das ist so der aktuelle Plan, das ein bisschen zu verbessern, sind jetzt auch ein paar Berichte im Wiki zu finden, für das Jahr 2016, den man sich anschauen kann. Bei der Software-Infrastruktur ein bisschen nachzubessern, so das interne Ticketing-System verbessern und eventuell so ein bisschen an der automatischen Erkennung von Problemen mitzuwirken, mitzuhelfen. Und ein Punkt, der ja ein bisschen langfristiger auf der Agenda steht, ist das Vorbereiten auf größere Vandalen oder dass da größere Fälle auftreten, also zum Beispiel das Pokémon hat er das Projekt schon etwas überrascht, weil da halt sehr viele Leute kamen, die jetzt, ich nenne es mal Vandalismus betrieben haben, war nicht alles Vandalismus, aber es war einfach mal eine größere Menge, wo man erst mal überrascht war und da könnten natürlich in Zukunft auch noch mehr solche Sachen auftreten und da muss man halt auch irgendwie vorbereitet sein. Bedarf an Mitarbeitern, ganz klar ja, man muss aber schon eine gewisse Zeit mitbringen, also fünf Stunden pro Woche sind denke ich mal so ein Minimum, dass man sich auf dem Laufenden hält. Das Schwierige ist, man muss eigentlich so, wenn man einen Fall hat, dann ist es halt häufig, dass man dann hin und her schreiben muss und dann zieht sich so ein Fall auch mal über eine Woche hin und dann muss man natürlich am Ball bleiben. Man kann einmal eine Woche nichts machen, das ist kein Problem, aber man muss halt, man kann nicht sagen, heute schreibe ich mal und dann bin ich eine Woche nicht da, dann ist das halt blöd, weil dann die Kommunikation abreißt. Also man muss halt versuchen, Kontinuität zu bewahren. Fähigkeiten sind, gute OSM-Erfahrungen sind natürlich von Vorteil, dass ich mich mit den Tools auskenne, aber vor allem, dass man, ich sage mal, vermitteln, verständnisvoll ist und gut mit Menschen umgehen kann, reden kann. Also wenn man jetzt darauf aus ist, sich zu prügeln, dann ist die DWG eher nichts der richtige Working Group. Und was auch gesucht wird, trifft jetzt hier auf eher wenige zu, aber nicht weiß und nicht deutsch wäre auch mal noch ganz nett, damit man auch so ein bisschen andere Regionen der Welt noch abdeckt, auch sprachlich gesehen, weil man halt vor allem englisch, deutschsprachig viele in der Data Working Group sind. Die nächste Working Group ist die Communications Working Group, deren Hauptaufgabe so die Repräsentation der Open Street mit Foundation ist, also das offizielle Sprachrohr der Foundation und verwaltet als solche das offizielle Blog, den Wiki-Auftritt und Social Media-Sachen. Presseanfragen werden von der CWG typischerweise beantwortet oder mal Interviews gegeben, solche Sachen. Gründung war 2010, gab dann kleinere Unterbrechungen wegen verschiedenen Gründen, aber recht kontinuierlich war Harry Woods dabei, der auch Chef ist, um der Frage vorweg zu nehmen, ja, er schaut auf allen Bildern so verrückt aus, nein, er ist ganz nett und schaut in real sehr freundlich und sympathisch aus. hat aktuell acht Mitglieder und für ein aktives Mitglied muss ich sagen, so zehn Stunden im Monat aufzuwenden ist sinnvoll. Bekannt ist sie vor allem durch das offizielle Blog und Twitter-Account beziehungsweise dann auch so Image of the Week wird vor allem von der von der CWG gemacht. Der Plan, was in nächster Zeit ansteht, ist, die Arbeit besser zu verteilen, weil das ist jetzt immer noch ziemlich stark, dass der Harry eigentlich die meiste Arbeit macht, Kind hat, eigentlich wenig Zeit hat und das ziemlich schwierig ist. Das heißt, insbesondere auch Mitglieder anwerben hat man sich so als Ziel gesetzt und für Übersetzungen weitere Helfer zu finden, dass man in mehr Sprachen noch die Informationen rausgeben kann. Also, wenn jemand gut Arabisch kann, dann gerne bei der CWG melden. Die Frequenz der Posts erhöhen, also es wären genug Ideen da für gute Posts, aber sie muss halt trotzdem auch immer jemand schreiben. Also auch da, wer gut schreiben kann, ist dann natürlich herzlich willkommen. Ja, habe schon gesagt, gute Englischkenntnisse sind natürlich immer wichtig, weil die Grundsprache halt auf jeden Fall Englisch ist, auch wenn die Sachen übersetzt werden und halt dann für die Übersetzung weitere Sprachen als Muttersprache. Daran angeschlossen habe ich noch die Weekly OSM beziehungsweise Wochennotiz ist jetzt keine offizielle Arbeitsgruppe, aber ich denke, ich muss sie trotzdem kurz erwähnen, einfach wegen was mit Communications Working Group zusammen gehört, deren Aufgabe so dieses Sammeln und Zusammenfassen vieler Neuigkeiten rund um OpenStreetMap ist. Also es ist in dem Sinn kein Sprachrohr, die dürften sich oder können sich auch kritisch gegenüber der OSMF zum Beispiel äußern, was jetzt für die CWG eher ungünstig wäre. Die Gründung von der Wochennotiz war im Juli 2010, ich glaube von Pascal auch und mit Mark zusammen und hat aktuell 13 deutschsprachige Mitglieder und international so um die 40. Hört sich noch sehr viel an, aber Arbeitsleistung ist, man muss eigentlich mindestens zwei Stunden in der Woche reinstecken, kann aber problemlos über zehn Stunden reinstecken für die sehr aktiven Mitglieder und der Plan ist mehr Helfer anziehen für Deutsche und auch die anderen Sprachvarianten und eigentlich würde man gern die Wochen, Monats, Quartalsaufgaben reaktivieren, die es schon länger nicht mehr gibt, die aber an sich eigentlich ganz gut ankamen. Also wenn sich da jemand berufen fühlt, gerne melden, wäre schön, wenn wir da jemanden hätten, der mitarbeitet. Das lasse ich mal weg. Der Bedarf ist allgemein Schreiber für Artikel Zusammenfassungen. Wir haben von diesen 13 Leuten sehr viele, die hergehen und Korrektur lesen. Wir haben aber relativ wenig, die bereit sind, sich die Links durchzulesen und eine gute Zusammenfassung zu schreiben, was gar nicht so einfach ist, eine prägnante, kurze Zusammenfassung von so einem Link, von so einem Artikel zu schreiben und da fehlen uns eigentlich die Leute, weil von den 13 Leuten machen das sehr wenige leider. Fähigkeiten, Ausdauer, Zuverlässigkeit und gute Deutschkenntnisse werden zumindest für die Wochennotiz gebraucht. Die State of the Map Working Group hat, ja, welche Überraschung, die Ausrichtung der State of the Map wurde mit der ersten State of the Map 2007 gegründet und ihr Chef ist Rob Nickerson, noch wird sein letztes Jahr sein, er sucht einen Nachfolger. Haben aktuell sechs Mitglieder plus zehn Mitglieder im Local Team in Japan, das heißt, die fallen im nächsten Jahr auch wieder weg. Man hat dann im Endeffekt nur noch fünf Mitglieder und eigentlich viel zu tun, wobei mir keiner so genau sagen konnte, was sie jetzt dann eigentlich so an Arbeit machen, weil das halt auch vom Datum abhängt, je näher die Soten ranrückt, desto mehr Arbeit wird das Ganze auch. Als Feedback wurde vor allem gesagt, sehr befriedigende Arbeit, weil halt danach alle sagen, oh, die Soten war super und das ist halt dann auch für die Mitglieder immer recht schön, das dann zu erfahren, wenn so eine Konferenz gut gelaufen ist. Der Plan, was gemacht werden muss, welche Überraschung, die jährliche Soten dieses Jahr auch wieder auszurichten und sie wollen so die Prozessverbesserung, die Dokumentation ein bisschen machen, vor allem auch, weil der Rob dann auch verschwindet, dass einfach auch der Nächste wieder weiß, was ist zu tun, wie geht das weiter. Das heißt, Bedarf ist ganz klar da, sie brauchen jemanden, der mitarbeitet, der, weil momentan einfach auch viele Arbeiten liegen bleiben, so eine kleine Anekdote hat mir die Laura aus Kuba auf der letzten Soten erzählt, Rob ist, also sie hat ein Stipendium erhalten, um auf die Soten zu kommen und ihren Vortrag zu halten, Rob ist dann zum Flughafen mit der U-Bahn gefahren, hat sie abgeholt und hat ihr den Koffer ins Hotel getragen, also gibt es wirklich eine Menge Sachen zu tun, was man machen kann. Ja, dann gibt es also das Begleiten, Leiten von vielen Teilbereichen und Fähigkeiten, die man braucht, mitnehmen muss, das ist halt vor allem Zuverlässigkeit, wenn es dann in Richtung Soten geht, weil da halt Ausfälle dann schwierig zu verkraften sind. Die Membership Working Group ist eine recht neue Gruppe, die die Mitgliederverwaltung hat und das Bearbeiten von Mitgliederanfragen beziehungsweise die Mitgliederanwerbung. Die Anwerbung wird aktuell noch nicht gemacht, die anderen zwei Sachen werden gemacht und gegründet wurde das Ganze erst letztes Jahr 2016, weil man einfach den Bedarf hatte, weil es keiner mehr übernommen hat, also hat man diese MWG gegründet. Hat aktuell neun Mitglieder auf dem Papier, die meisten davon sind nicht aktiv, ich weiß nicht, ob der Michael hier irgendwo sitzt, der aktiver Mitarbeiter in der MWG ist und Arbeitsleistung für aktives Mitglied ist so ein Tag pro Monat, das man so aufbringen müsste, dass es rentiert. Als Plan haben sie die Mitgliederwerbung, die sie aktuell noch nicht machen, dass man halt das vergrößert, also da arbeite ich jetzt quasi ein bisschen zu, habe ich ja schon gesagt, trete jetzt alle in die OSMF ein und das V-Wafer-Programm war auch noch so eine Sache, dass man zum Beispiel in Drittweltländern dann so einen reduzierten Beitragssatz hat. Bedarf ist, ja, ab einem Tag im Monat, wenn man aufbringen kann, ist das gut und man sollte halt vor allem selbstständig arbeiten können, gibt eben auch wieder keinen Chef, also nimm eine Aufgabe, erledig sie. Und wenn sich jemand durch Zufall auch noch gut im CV-0M auskennt, wäre das sehr von Vorteil, weil da haben sie eigentlich keinen, was es halt immer recht schwierig macht. Dann habe ich noch die Engineering Working Group, die als Aufgaben so das Helfen, die Hürden für neue Entwickler abzusenken hat und den Entwicklungsprozess ein bisschen zu unterstützen und Prioritäten und Ziele zu setzen und so Code Sprints oder Hack Weekends und solche Sachen zu veranstalten. Die wurde eigentlich 2011 gegründet, wurde dann aber spätestens 2015 gestoppt wegen Desinteresse und aktuell wird versucht, sie wieder ein bisschen zu beleben mit vier Mitgliedern, die sich aber vor allem, wo es um Google Summer auf Code geht, mehr wird da momentan nicht gemacht, was so um zehn Stunden im Monat bedeutet. Bedarf habe ich jetzt hier unbekannt, weil sie in der Gründung ist, es gibt aber öffentliche Mumble Meetings, wo man mal reingehen kann, wen diese Thematik interessiert, um sich das mal anzuhören. Zu den zwei verbleibenden Working Groups sage ich in dem Sinn nichts, weil die seit einiger Zeit inaktiv sind und es entweder keinen Bedarf oder kein Interesse gibt. Habt ihr noch ein Punkt Sonstiges? Gibt natürlich den OSMF Vorstand noch, da kann man sich jetzt nicht einfach entscheiden reinzugehen, sondern man muss sich noch wählen lassen, aber als jemand, der selber schon mal eine Bewerbung geschrieben hat, also einen Text geschrieben hat, er würde gerne in den Vorstand, was hat er davor, sei soviel gesagt, die Arbeit und alles, wo man was bewegen kann, wird in Working Groups gemacht, nicht im Vorstand, also wenn man irgendwie was ändern will, sollte man eigentlich vor allem in die Working Groups gehen. Und wer jetzt sagt, ja, ich kann das doch alles gar nicht, doch, also einfach trauen, das ist nicht schwierig, jeder kann da was machen, was leisten, einfach mitmachen, sich das anschauen und ja, gibt es denn sonst noch was zu tun, da war jetzt nichts für mich dabei, natürlich gibt es noch Menge andere Sachen zu tun, man kann auch Werbung machen, sich hinstellen, Mitglieder werben oder einfach auch mal Software testen, Feedback geben, anderen helfen, es ist im Endeffekt auch alles ehrenamtliche Arbeit, die getan werden muss. Und wer sagt, das ist nichts dabei und ich habe keine Zeit, dann werdet zumindest Mitglied oder spendet, hilft auch, und zwar USMF und dem Vosges hilft das beiden. Vosges ist ja auch gemeinnützig, ehrenamtlich und die haben auch eine Menge Sachen zum tun, Förderung von Projekten und so weiter und auch da kann man natürlich mitarbeiten, zum Beispiel indem man die jährliche Konferenz mitgestaltet und Mitglied wird und da habe ich dieses Sektglas, weil ja später noch der Sektempfang außen ist, da gibt es dann auch die Zettel, wo man einfach Entschuldigung, aber da dürft es ja trotzdem dann unterschreiben und Mitglied werden und dem Vosges Verein helfen und damit sage ich vielen Dank und übergebe an den Marco.